Grüß euch, ich bin's, eure Mama Bavaria, die Kabarettistin Luise Kinseher. Ich sag ja immer, nur wer nicht vergisst, wo er herkommt, kann wissen, wo es lang geht. Und deshalb wünsche ich dem Nationalpark Bayerischen Wald zum 50. Geburtstag alles Gute, dass er sich weiterhin entfalten kann und uns zeigt, wo es lang geht. Ganz ehrlich, wir sind schon 50 Jahre gemessen an der Erdgeschichte und trotzdem ist doch jede Wanderung in den Nationalpark Bayerischen Wald, durch den Wald eine Vergangenheitsreise, eine Wanderung zurück zu unserem Ursprung, zu dem, was wir eigentlich sind, nämlich ein Teil der Natur. Die Natur ist unsere Heimat. Und nur wer das nicht vergisst, kann auch sinnvoll Zukunft gestalten. Nur wenn wir bei unserem rasanten technischen Fortschritt immer wieder die Natur mit einbeziehen, sie fragen sogar, sie als Vorbild nehmen, kann uns auf unserer abenteuerlichen Reise in die Zukunft nichts passieren.